Ich mach das nur eben. Ja bitte. Dann kannst du was machen. Dann zieh ich das jetzt durch. Genau tu was für dein Ghettofaula Azubi. Genau die drei Schriemen, wo du jetzt stehst. Wo ich gerade, ja genau. Also einen einfach. Ja, ich weiß schon, da wo ich gerade stehe. Ich weiß schon, das ist gut. Oh! Oh! Was kann dieser Hebi eigentlich? Alter! Möchtest du eigentlich euer Azubi? Möchtest du eigentlich euren Azubi oder kann der weg? Alter. Mann, 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 Mann. Nichts, kann er. Jetzt scheißen sie alle rein. Jetzt reicht es mir langsam. Jetzt flüpp ich hier langsam recht mal aus. Also geht der gar nicht mehr. War eine Frechheit. Was kann er eigentlich? Der andere Azubi lacht sich strott. Und ich so. Ja, natürlich, ich weiß, was macht die Scheiße. Eigentlich. Natürlich heißt es, hast du sie jetzt alle auf mich aufhören. Wenn du jetzt noch das da hinten abbaust, ne? Dann frag ich mich wirklich mehr. Also dann habe ich aber wirklich Fragen. Kommt er mir so ein bisschen vor wie so Asterix und Obelix. Der heißt, dann kann nix. Willst du mir jetzt nochmal ein Sofa in die Hand reichen? Da und da. Oh, nein. Also ihr habt heute mal ein Wasser, ne? Äh, man muss ja die schmutzigen Gedanken bei den Kernen aus dem Kopf waschen, ne? Die schmutzigen... Nein! Okay. Du musst das nicht gleich dein Leben nehmen. Wie gut, dass es nicht so hoch ist. Es ist nicht sehr tief. Das ist das Gute. Gott sei Dank nicht. Alter. Du bist bestimmt der Gute. Du bist bestimmt der Gute.